Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschiller und heute bin ich hier für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Gearing Guide präsentieren. Und dazu hatte ich die letzten paar Tage verbracht, meinen Char erstmal auf die maximale Stufe und dann auf ein entsprechendes Item-Level hochzuspielen. Und zwar bin ich jetzt nach drei Tagen Battle for Azeroth, 335, ich denke mal, ist ganz okay soweit. Und jetzt bin ich auch in der Lage, euch ein paar Tipps zu geben. Ich wollte mir jetzt erstmal das ein bisschen angucken, um euch dann nichts Falsches sagen zu müssen. Okay, ich würde sagen, wir steigen mal ein. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal davon aus, ihr seid frisch auf 120 gehittet und habt etwa ein Item-Level zwischen, ja, 270 bis 280. Sowas ist man etwa, wenn man die Quest-Belohnungen soweit mitgenommen hat. Und ich rate euch, questet wirklich in den Gebieten, sowohl bei Horde als auch bei Allianz, soweit, dass ihr zumindest freundlich bei den jeweiligen Fraktionen im Gebiet seid. Das heißt, bei der Allianz ist es hier die Sturmwacht, Glutorden und die Prachtmereadmiralität, dass ihr zumindest freundlich seid. Ich sehe, mittlerweile bin ich wohlwollend. Man kann, denke ich mal, wenn man Mensch ist und wirklich alles gemacht hat, auch schon respektvoll sein. Die Fraktionen haben erstmal schicke Belohnungen, auch Epics später. Aber das Wichtigste ist vor allem, dass ihr eure Worldquests freischaltet. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf die Map gucken, haben wir hier allerhand an Worldquests rumfliegen, zum Beispiel hier auch Gear-Items, was schon recht praktisch ist, um seinen Schar hochzugieren. Um die Worldquests freizuschalten, müsst ihr, wie gesagt, die Fraktion einmal auf einen freundlichen Ruf haben und zusätzlich müsst ihr dann noch die War-Campaign, die ihr unten bei eurem Schiff startet, quasi, spielen. Und zwar müsst ihr alle drei Bacen auf dem feindlichen Kontinent aufbauen. Bei der Allianz müsst ihr quasi eine Base in Vuldum, eine in Zuldazar und eine in Nazmir aufbauen. Und dann habt ihr die Voraussetzungen, um quasi die Worldquests freizuschalten. Und sobald ihr diese habt, ja, habt ihr die Worldquests und die skalieren quasi mit eurem Item-Level. Ich glaube, die fangen bei 2,90 rum an und skalieren bis 3,40 sogar hoch. Wenn wir jetzt mal bei mir gucken, ich habe jetzt hier eine Worldquest mit 325, 325 und wenn wir jetzt mal hier rüber gucken, sind die meisten auch so hier 3,25. Das ist etwa das Scaling, was ich habe. Umso höheres Gear ihr bekommt, umso höhere Items bekommt ihr auch aus den Worldquests raus. Gut, soweit dazu. Ihr solltet aber, sobald ihr Max-Level hittet, nicht sofort loslaufen und eure Gear-Worldquests machen. Und zwar, sobald ihr die ersten Gear-Worldquests habt, macht ihr die erst kurz bevor sie auslaufen. Ihr lasst sie immer möglichst lang liegen, denn, wie gesagt, die skalieren hoch mit eurem Item-Level. Heißt, wenn ihr zum Beispiel 5 Gear-Worldquests habt, die sind alle super, weil sie euch Item-Level-Upgrade bringen, macht sie nicht, sondern macht erst alle anderen Aktivitäten kurz bevor sie auslaufen, macht die. Es kann nämlich sein, dass durch andere Aktivitäten, zum Beispiel durch Dungeons laufen, euer Item-Level sich erhöht und dementsprechend auch das Item-Level, das Baseline-Item-Level von der Worldquest sich erhöht und ihr einfach höheres Gear kriegt. Und die Schwierigkeit der Worldquest ändert sich nicht. Das ist auf jeden Fall der größte Tipp, den ich euch geben kann. Schaut, dass ihr euer Gear möglichst hochzieht und dann macht die Worldquest. Wir gucken uns jetzt mal an, was ihr als allererstes machen solltet. Und zwar, sobald ihr ein bisschen Ruf habt, könnt ihr nämlich bei den einzelnen Fraktionen euch schon mal ein Item kaufen. Und zwar schauen wir da mal stellvertretend für alle einmal bei der Prachtener-Admiralität vorbei. Und dort haben wir den Händler hier unten in Boralos und die verkauft uns schon mit einem wohlwollten Ruf. Den kriegt ihr, wenn ihr da questet, wie ihr es bei mir gesehen habt, relativ easy, einen Umhang 320. Wenn ihr noch relativ lowes Gear habt, ist das eine schicke Sache und solltet ihr holen. Ihr seht, ich habe jetzt schon mittlerweile den Umhang 3,55. Das ist übrigens das höchste Item-Level, was du derzeit kriegen kannst. Heißt, bis der Raid-Start ist, also sprich bis zum 5.9. ist es so, dass 3,55 das maximale Item-Level ist, was ein Item rollen kann. Ab dem Raid-Start ist quasi das maximale Item-Level dann 400. Und im Raid gibt es ja auch einige Items, die, glaube ich, Baseline bis 3,85, glaube ich, sogar hochrollen, hochdroppen können und dann halt rollen bis 400 dementsprechend. Um dann an weiteres Gear zu kommen, kann man natürlich die Fraktionen hochspielen. Und zwar sieht man, man bekommt hier quasi, sobald man respektvoll ist, bei jeder Fraktion ein 3,35er-Item. Das sind verschiedene übrigens. Bei Wohlwollend kriegt man leider immer bei jeder Fraktion einen Umhang. Deswegen, ja, ist es eigentlich egal, welche Fraktion ihr auf Wohlwollend habt, weil ihr kriegt eher nur einen Umhang. Ihr könnt ja vielleicht ein bisschen wegen Stats gucken. Sobald ihr respektvoll sagt, könnt ihr aber auch verschiedene Items auswählen. Also das rentiert sich. Und dann kriegt ihr bei ehrfürchtig nochmal ein Item, 3,50. Das wird aber eine Weile dauern. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, möglichst zu versuchen, den Ruf hochzupushen bei einer Fraktion und nur, um das an das 3,50er-Item zu kommen. Wie ein Ruf kommt, ist erstmal, dass ihr quasi einmal die Gebiete durchspielt und dann natürlich Worldquests macht. Die Worldquests bringen aber relativ wenig Ruf, und zwar nur 75 pro Worldquest, sogar die Elite-Worldquest, so wie ich es gesehen habe, was recht schade an der Stelle ist. Was ihr natürlich auf jeden Fall machen solltet, sind die Emissary-Bags. Da ist es genauso wie in Legion. Ihr müsst vier Worldquests quasi machen und bekommt dann einen Emissary-Bag. Jetzt machen wir das hier nochmal kleiner, dass ihr seht, zum Beispiel habe ich hier eins abgeschlossen oder hier auch. Und ihr seht, die skalieren auch hoch. Bei euch wird hier wahrscheinlich die Schatzkiste wesentlich niedriger sein. Da ich 3,35er-Gier habe, ist meine Schatzkiste hier schon 3,40. Also ich kriege da ein relativ gutes Item dementsprechend schon raus. Deswegen auch die Emissary-Bag skaliert mit dem Item-Level und ihr kriegt höhere Belohnungen, solltet ihr höhere Item-Level haben. Dann kommen wir zu Instanzen. Und zwar ist es so, dass ihr quasi HC, NHC und Mythic plus 0 im Moment laufen könnt. Mythic plus 1, 2, 3, 4 und dementsprechend höher ist quasi erst freigeschalten. Sobald der Raid auch kommt, also am 05.09. So wie die Warfronts, die sind auch erst dann freigeschalten. Und auch die World-Bosse, wenn wir jetzt hier mal reingucken, World-Bosse würden auch hier 3,55er-Items droppen. Uldir-Raid geht hier los beim Schlagzugsbrowser mit 3,40. Dann haben wir hier 3,55, 3,70 und schlussendlich die 3,85, die ich vorhin angesprochen hatte. Das ist aber alles noch nicht möglich. Wir haben jetzt erst mal 3 Wochen, wo wir das alles nicht machen können. Und erst mal das Cap auch bei 3,55 gesetzt hat. Wir müssen uns jetzt auf Instanzen begnügen. Und da ist es so, dass ihr NHC ganz normal queuen könnt. Auch wenn ihr auf Max-Level kommt. Und das ist vom Item-Level auf 310 angesiedelt. Ich würde euch aber raten, wenn ihr euch einigermaßen was zutraut, dass ihr vielleicht, wenn ihr 2,90 Item-Level habt, dass ihr direkt euch eine Gruppe, eine Premade-Gruppe sucht und so in die Stunzen reinlauft. Weil ihr könnt, HCs könnt ihr new queuen, wenn ihr minimum 305 Item-Level habt. Vorher kommt ihr nicht in eine HC-Instanz rein. Zumindest über das Tool nicht. Und es droppen hier 3,25. Ihr könnt aber, wenn ihr euch das zutraut, gut genug seid und jetzt nicht ewig NHC-Inni-Spammen wollt, um quasi dann auf die 305 für die HCs gehen zu kommen, dann schaut, dass ihr euch quasi ein paar Leute sucht, in die Instanzen manuell reinlauft. Ihr könnt jede Instanze dann aber nur einmal machen, weil ihr auch eine HC-ID quasi habt und schaut, dass ihr dann quasi durch diese paar Instanzen das Item-Level auf 305 hochmacht und meldet euch dann quasi random für HCs an. Das ist eigentlich so der schnellste Weg, den ihr machen könnt. Wenn ihr gut genug seid auf Max-Level-Hidden, vielleicht 1, 2 Normal-Endings laufen, dass ihr ein bisschen Gier kriegt und dann sofort direkt in die Instanzen rein und dann könnt ihr HCs queuen. Und wenn ihr dann, ja, ich würde jetzt mal grob sagen, also ich bin mit 315, 316, bin ich die ersten Mythic-Plus-Null-Instanzen gelaufen, da droppt dann 340er-Gier. Ich sage euch so, mit, ich denke mal, es geht schon ab 310, dass du Mythic reinläufst, ja. Die sind aber jetzt nicht ganz geschenkt. Manche sind relativ einfach, manche sind aber schon schwieriger und du musst ein bisschen Mechanics spielen. Wenn du die Boss-Mechanics nicht kennst, ist es schwierig, ja. Ich habe mir einige Boss-Progressen müssen und es ist schon einigermaßen herausfordernd, wenn die ganze Gruppe relativ low ist, Gier hat, ne. Also wenn du jetzt 310, 315 so mit der Gruppe durchschnittlich bist, ist es schon relativ herauffordernd. Man merkt natürlich dann, wo ich dann auf 330 zugegangen bin oder die Gruppe allgemein, dass es einfacher wird. Aber man muss die Mechanik auf jeden Fall spielen. Im NHC und im HC ist es doch wesentlich leichter. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt vielleicht nicht ein Spieler seid, der das Maximale sofort rausholen muss, dann würde ich euch raten, vielleicht erst mal auf 325er-Gier hochzugehen, über die HCs und dann Mythic Plus Null zu gehen. Da habt ihr ja noch bis zum Ende der Woche Zeit. Wenn ihr natürlich alles sofort haben wollt, dann geht das wahrscheinlich schon mit 310, 315, dass ihr in die Mythic Plus Nulls reingeht. Ihr müsst immer bedenken, umso schneller ihr in die Mythic Plus Nulls reingeht und das ganze Gier kriegt, umso schneller habt ihr natürlich auch die Worldquests auf der maximalen Stufe quasi, beziehungsweise auf einer relativ hohen Stufe, wie ihr jetzt bei mir gesehen habt, dass ich da teilweise ein 340er-Emissary-Back-Belohnung bekomme und kriegt dann halt durch die Sachen, die ihr eh macht, schon mal das hohe Gier. Wenn ich jetzt die Mythic Plus Null nicht gemacht hätte, dann wäre ich jetzt noch 316 und würde wahrscheinlich da durch die Kiste ein 320er-Item kriegen oder vielleicht auch nur 315, je nachdem, wo diese Breakpoints sind. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr euch überlegt, wie gut bin ich, was für Leute kenne ich und kann ich das jetzt gleich schon am Anfang machen. Genau, soviel zu den HC-Inis. Dann kommen wir noch zu einer Geschichte, die über Berufe geht und zwar, wenn wir jetzt einmal hier die Berufe aufwählen, haben wir, Moment, das habe ich nämlich noch nicht gelernt, haben wir verschiedene Gear-Items, also die blauen Sachen 300, craftet die bitte nicht. Ja, außer ihr habt jetzt vielleicht noch ein Item, das 250 ist und ihr kriegt es einfach nicht, weil ihr da keine Quests bekommen habt oder nicht von dem Rare und übrigens Rares lohnen sie auch nicht, die droppene 207, das war glaube ich von dem Rare 273 auf Max-Level, das rentiert sich nicht, ja. Da droppen im NAC-Inis höhere Sachen, außer wenn es hochrollt, dann ist es vielleicht auf 300, so wie das hier, aber Rares zu farmen lohnt sich nicht, das kann ich euch gleich mal sagen. Genau. Und um mit dem Berufen weiterzugehen, es gibt hier verschiedene Items, die ihr craften könnt und zwar sind es immer hier Schuhe und Hose und wie ihr seht, habe ich hier Items, die ich craften kann, die 355 sind, die könnt ihr theoretisch jetzt schon machen, aber wahrscheinlich erst in der zweiten all die Woche, denn sie brauchen ganz normale Craft-Mats, das ist alles kein Problem, das sind Sachen, die ihr vom Nederer kriegt, dann braucht ihr Expulsum, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, das bekommt ihr, wenn ihr bei diesem Schrottomat-Typen, der sich da draußen befindet, den, denke ich mal, dürfte der ein oder andere schon entdeckt haben, ich zeige ihn euch jetzt nochmal, warte, wir müssen einmal da hochgehen und zwar, das ist dieser Schrottomat, der quasi die Items klein macht und darüber bekommt ihr dementsprechend dann hier diese Ressource, dieses quasi, dieses Pendant zum Blut von Sagaras quasi, was man ja in Legion hatte, es ist übrigens nämlich auch Seen gebunden, also sprich, ihr könnt es nur selbst erwirtschaften und ihr könnt da, ja, jetzt warte mal, jetzt tun wir mal irgendwas klein machen, was ich sicher nicht mehr brauche, das brauche ich zum Beispiel nicht mehr, ihr könnt hier auch übrigens mehrere Items reinhauen und dann kriegt ihr irgendwelche Matzen, ihr habt gerade gesehen, ich habe jetzt ja auch nochmal hier eins bekommen, perfekt zum Demonstrieren, jetzt sind es 39 und jetzt gehen wir wieder zurück ins Berufefenster, das braucht ihr quasi dafür, das warten wir, das hier braucht ihr quasi so und ihr braucht nochmal eine letzte Ressource und diese letzte Ressource ist dieser Hydro-Kern und den Hydro-Kern bekommt ihr nur vom Endboss einer Mythic Instanz, ja, im Moment könnt ihr nur Mythic plus 0 gehen und im Moment könnt ihr nur 8 Mythic plus 0 gehen, ich habe alle 8 gestern gemacht, deswegen habe ich 8 Kerne, heißt für euch, dieses Ding kann man erst in der zweiten Woche sich eins craften, weil 8 Instanzen, mal 2 sind 16, dann hat man erst die 15 Kerne und kann sich eins bauen, ich werde mir dann die Hose basteln und zwar habe ich dann nämlich noch ein relativ niedriges Item, wie ihr seht, wichtig ist vielleicht, es gibt noch ein paar mehr Instanzen, es gibt nicht nur die 8 Mythic Instanzen, die ihr laufen könnt, sondern es gibt theoretisch insgesamt 10, man hat aber sowohl eine Instanz für Horde als auch eine Instanz für Allianz und zwar ist es so, dass die Allianz Instanz, das müsste, Moment, wo haben wir sie denn, hier die Belagerung von Baralos, die schaltet man durch eine Quest frei und zwar könnt ihr die nur im Mythisch Modus laufen, und ihr seht, es gibt hier keine lowere Schwierigkeitsstufe, ihr könnt die nur freischalten, indem ihr alle Gebiete einmal durchgequestet habt, also wirklich die Main Storyline von euren Gebieten, bei Horde ist es natürlich das ganz gleiche, bloß für die Horden Instanz und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr eine Quest und zwar heißt die Der Stolz von Kul Tiras, das ist diese hier, ich habe jetzt gestern alles fertig gequestet und habe die Questreihe bekommen, die ich heute dann im Stream spielen möchte und wenn ihr diese Questreihe komplett macht, dann bekommt ihr hier ein Achievement, Der Stolz von Kul Tiras und mit diesem Achievement habt ihr quasi die Instanz unlockt und diese Instanz befindet sich einmal hier unter uns und zwar müssen wir hier nach unten und dann müsste sie irgendwo da unten drin quasi in dem Katakomben sein und dann könnt ihr da in die, Moment, wo war es? Ich glaube hier nochmal in der Etage weiter drunter war sie, einmal hier, der Hafen voll Buralos und dann war sie quasi hier drin. Ich habe die Voraussetzungen noch nicht unlockt, deswegen kann ich jetzt nicht rein, ich muss die Questreihe nach fertig spielen und das solltet ihr dann anscheinend auch mit dem kompletten Twings haben. Und dann gibt es noch die von der Horde, also quasi die von der anderen Fraktion, dort ist es so, dass ihr die War Campaign, das ist die Kampagne, die ihr quasi hier auf eurem Schiff spielt, wo ihr die siebte Legion involviert habt, wenn ihr die quasi durchspielt, dann könnt ihr die in anderen Stunts auf dem anderen Kontinent freispielen, quasi die Horde muss bei ihr, ich glaube die Eid gebunden sind, müssen die Horde quasi die Kampagne durchspielen, um unsere Instunts freizuspielen und wir müssen quasi bei unserer siebten Legion die Dings durchspielen, um bei der Horde das freizuschalten. Und die Horde hat dann wahrscheinlich auch ein Achievement wie hier dieses Stolz von Kultiras, dass sie ihre eigene Instanz quasi einmal freispielen. Das soll alles accountgebunden sein, heißt ihr müsst es mit einem Schar durchbasteln und habt dann mit allen Schars das freigespielt, wie damals die Instanzen in Suroma. Genau, soweit zum Gearing. Ich habe jetzt aber noch eins vergessen, hier bei den Berufen. Es gibt nämlich theoretisch noch mehrere Items, die ihr herstellen könnt. Und zwar gibt es hier sogar noch 3 85er Items, die brauchen aber noch diese Blutzellen zusätzlich und diese Blutzellen kriegt ihr nur von Raid-Bossen. Das könnt ihr im Moment nicht machen, denn der Raid ist nicht draußen, deswegen könnt ihr auch dieses 3 85er Gear nicht erhalten. Dann würde ich noch auf ein letztes eingehen und zwar haben wir ja noch ein bisschen specialiges Item und vielleicht weiß der ein oder andere nicht, wie man das Item quasi einmal am Hochbasteln ist. Wir haben nämlich hier das Herz von Azeroth und das können wir auch leveln. Ich habe meins mittlerweile auf 321 und zwar ist das ja schon einigermaßen hoch, aber jetzt im Vergleich zu meinem restlichen Gear relativ niedrig. Ihr könnt nämlich das Herz von Azeroth über zwei Wege leveln. Und zwar ist der erste Weg, indem ihr in die Stufe aufsteigt, dafür braucht ihr diese Azeroth-Power und dann kriegt das Herz von Azeroth jedes Mal zwei Item-Level drauf. Das heißt, jedes Level, was ihr hochmacht, zwei Item-Level. Ich habe jetzt hier 14 Level, sprich 28 Item-Level sind damit schon mal draufgerechnet. Der zweite Weg ist, dass ihr bei einer Fraktion, und zwar haben wir hier die Fraktion Champions von Azeroth, und zwar jedes Mal, wenn ihr eine Rufstufe quasi erklimmt, ich habe jetzt hier die erste, freundlich kriegt ihr nochmal 15 Item-Level einmal auf die Kette drauf. Dann müsst ihr einfach nach Silithus, da befindet sich oben auch ein Portal drin, gehen mit Magiken-Watschen und dann macht ihr 15 Item-Level quasi einmal auf die Heißkette mit oben drauf. Heißt für euch, ihr kriegt 15 quasi für freundlich, 15 für wohlwollen, 15 für respektvoll, 15 für ehrfürchtig. Also kriegt ihr da ein paar Mal ein Item-Level drauf, ist auch ein ganz netter Boost. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Maximale rausholen wollt, holt euch so einen Vertrag, den in Schriftenkundler basteln kann, und nehmt Champions for Azeroth. Normalerweise hätte ich gesagt, dass wir hier die siebte Legion nehmen, da gibt es aber leider keinen Vertrag, denn bei der siebten Legion sind einige Quests Ruf gegatet, dass ihr einen bestimmten Ruf haben müsst, um weiterquesten zu können, um dementsprechend dann die Instanzen freischalten zu können, die ich ja euch vorhin gezeigt hatte. Wer jetzt vielleicht nicht genau weiß, wie das mit dem Vertrag funktioniert, und zwar der in Schriftenkundler bastelt euch einen Vertrag, den könnt ihr mal Auktionsaus kaufen oder vom In Schriftler direkt beziehen, und den setzt ihr ein, dann kriegt ihr einen dauerhaften Buff, bis ihr ihn wegklickt, also klickt ihr nicht weg, und dann kriegt ihr 10 Ruf für jede Worldquest, die ihr abschließt, auf Zandala und Kuljiras, für die Fraktion, von denen der Vertrag ist, und wie gesagt, ich habe hier die Champions von Azeroth genommen, um einfach so ein bisschen die hochzubekommen. 10 sind ehrlich gesagt schon ein bisschen frech von Blizzard, weil das verdammt wenig sind, aber was müssen wir machen? Mehr als Motzen kann man nicht, die werden es wahrscheinlich leider nicht mehr erhöhen, auch für Beta war es nämlich, glaube ich, 25, und jetzt haben sie es doch nochmal ein bisschen runtergenervt. So, jetzt sind wir fast durch, jetzt ist das Letzte natürlich noch, wir wollen ja unsere Eiskette hochbasteln, und wir haben gehört, dass die quasi, ja, über hier die Azerite hochgeht, und dann wollen wir uns mal noch Quellen anschauen, wie wir Azerite bekommen, und zwar, so das Effizienteste sind erstmal die Worldquests zu machen, und zwar gibt es immer diese Azerite-Vorkommen-Worldquests, wenn ihr die macht, kriegt ihr schon relativ viel, ja, hier sehen wir 118, nee, 181, und hier unten seht ihr 150, 184, 178, meistens ist es noch so, dass das Sachen sind, die ihr abbauen müsst, dann kriegt ihr das Azerite, was ihr abbaut, auch nochmal oben drauf, deswegen macht es eigentlich Sinn, die zu machen, weil ihr dann nochmal ein bisschen extra Azerite habt. Dann das Zweite, was ihr machen könnt, ist hier eine Geschichte, die ihr bei diesem Mission-Table machen könnt, Moment, wir sind jetzt bei der falschen, und zwar müssen wir hier nochmal eins weiter, bei dem Mission-Table, und zwar ist es so, dass es ein Daily Cap gibt, für die, also, ja, nicht ein Daily Cap, aber quasi ein Weekly, Ziel, das ihr erreichen wollt, um quasi Azerite zu bekommen, und das ist nämlich hier 40.000, über diese Insel-Expeditionen, und, oh, jetzt habe ich mich angemeldet, ich wollte mich eigentlich gar nicht anmelden, jetzt gehen wir aus der Kühe raus, und zwar könnt ihr hier diese Insel-Expeditionen spielen, und mit denen könnt ihr insgesamt, wenn ihr 40.000 Azerite sammelt, kriegt ihr 2.500 wirkliche Azerite-Power, quasi für eure Waffe, und das ist ganz gut, das solltet ihr am besten machen, ihr könnt hier auch auswählen, ob ihr HC, Normal oder Mythic gehen wollt, das ist eigentlich so die beste Azerite-Quelle, und außerdem kriegt ihr ja auf den Insel-Expeditionen nochmal an sich Azerite, aber das Cap solltet ihr am besten machen, hier seht ihr, 2.500 bekommt ihr, wenn ihr einmal das Cap hier, das wöchentliche gespielt habt. Zusätzlich gibt es natürlich einen Haufen andere Quellen, ihr könnt natürlich Instanzen queuen, ich kann euch empfehlen, vielleicht die Daily HC jeden Tag zu machen, die bringt noch relativ viel, danach wird es eher schleppen, ihr kriegt relativ wenig für einen Boss, ihr könnt das natürlich trotzdem weiter spammen, ihr könnt auch trotzdem weiter die Insel-Expeditionen spammen, aber es wird dann halt weniger effizient, und ihr braucht irgendwann schon relativ viel, ich brauche jetzt schon 8.000, das ist schon nicht wenig, und es geht halt immer weiter nach oben, also irgendwann wird es halt dann relativ zäh, und ihr solltet halt gucken, ob es euch dann wert ist, das dauerhaft zu spammen, denn es wird auch wieder eine Mechanik geben, dass man quasi immer, na, man kriegt zwar nicht mehr Azerite, aber man braucht immer wenig, also sprich genau die gegenteilige Mechanik, wie es in Legion war, in Legion war es ja so, man hat dann einen Multiplikator gehabt, und immer und immer mehr Artefakt-Power gekriegt, und hier ist es genau andersrum, hier ist es so, dass es dann einen Multiplikator gibt, ja, kein Multiplikator, sondern einen Faktor quasi, dass jedes Mal man weniger braucht für ein Skill-Level, wie das genau geht, weiß ich im Moment noch nicht, es soll auf jeden Fall auch wieder zeitgebunden sein, und dann braucht man halt irgendwann nicht mehr 8.000 für Stufe 14, oder, ne, Stufe 15 bin ich jetzt, sondern braucht man halt irgendwann nur noch 4.000, dann hat man das natürlich auch schneller erledigt, finde ich die bessere Variante, muss ich sagen, weil man dementsprechend nicht mehr so hohe Zahlen hat, und das will ja Blizzard auch vermeiden, dass man hier nicht mehr die krass hohen Zahlen hat, ja, dann vielleicht noch ein letztes, auf was ich eingehen wollte, ihr habt nochmal hier diesen komischen Missionstisch, und hier könnt ihr dann auch Missionen losschicken, die Azerit bringen, oder diese Azerit-Power, und ihr könnt auch Missionen losschicken, die euch quasi Ruf bringen, und diesen Ruf könnt ihr ja natürlich wieder schön gebrauchen, um euch dann Items zu kaufen, beziehungsweise das Azerit könnt ihr benutzen, um eure Waffe hochzubasteln, ihr habt aber hier wesentlich weniger Follower, zumindest habe ich noch relativ wenig, die sollen aber auch über die War-Campaign, die ich jetzt nochmal spielen muss, ein wenig, ja, aufgestockt werden, da müsst ihr mal gucken, dass ihr vielleicht da auch ein bisschen ran blinkt, zusätzlich könnt ihr natürlich hier so Truppen rekrutieren, denke ich mal, hat der ein oder andere auch schon gesehen, und es gibt auch eine Tosse hier, die Alleria, die uns quasi noch ein paar Skillser eröffnet, darüber werde ich aber, denke ich mal, nochmal ein extra Video machen, um da ein bisschen, ja, vielleicht einen Tipp zu geben, wie man am besten skillen kann, um das Beste rauszuholen. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, achso, eins habe ich noch vergessen, jetzt am Rande, wir haben auch noch hier diese Azerit-Armor, und da solltet ihr euch vielleicht überlegen, dass ihr nicht unbedingt die allerhöchsten Teile anzieht, und zwar würde ich euch das mal hier zeigen, ich habe jetzt hier zwei auf 3,25, und die kann ich zum Beispiel schon nicht ganz ausgillen, oh, jetzt habe ich mich verklickt, ihr seht, ich kann hier nur lediglich einen Teil skillen, und das ist ein bisschen Item-Level gebunden, also umso höher die im Item-Level sind, umso mehr braucht ihr quasi ein Level auf der Waffe, äh, nicht auf der Waffe, auf dem Hals, um das hier zu skillen, und ihr seht schon, ich brauche hier schon Stufe 16, und hier fürs letzte Stufe 20, ja, und da bin ich noch weit weg, und hier bei dem einen epischen, was ich habe, da kann ich gar nichts skillen, da habe ich da zwar, weil es episch ist, quasi dann, ähm, sogar vier Skill, ähm, ja, vier Skill-Runen, würde ich jetzt mal dazu sagen, und die fangen hier ab 18 an, 21, 24, 27, die, ich glaube, die Raid-Sachen haben da am Ende sogar bis zu, bis zu 33, was ihr an Skill-Punkten braucht, und da solltet ihr euch überlegen, ziehe ich vielleicht lieber ein loweres Item an und kann das skillen, weil die Skill ist schon relativ mächtig, als dass ich ein hohes Item anziehe, wie ich zum Beispiel, also eigentlich ist das ein Fehler, was ich hier tue, ich habe quasi ein Teil, was ich null skillen kann und auch noch weit weg bin, und ich habe es eigentlich bloß an, wegen dem Item-Level, um ganz ehrlich zu sein, ja, also, äh, da muss man sich auch ein bisschen überlegen, ob das sinnig ist, muss man gucken, wie stark die Trades sind, und sich quasi dann, ähm, schauen, ob man, ob man die höheren Sachen anlegt oder dementsprechend nicht. Die können übrigens aber auch nicht hochrollen, und die kannst du auch nicht handeln, die Azerid-Sachen, da hatten wir in den Mythic-Plus-Null-Instanzen auch schon bitte Erfahrung, wo der eine dreimal Schultern bekommen hat, und die leider nicht handeln konnte. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, so hat Blizzard sich entschieden. Und ja, gut, das war es jetzt aber wirklich mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, oder wenn ihr auch noch Tipps habt, poste es gerne in die Kommentare, helft den Leuten, seid in der Community, die hilfbereit ist, und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.